Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind heute mal bei Project Cars. Ich dachte mir, ich kann mal was spontan machen. Da heute ja das 24 Stunden Rennen stattfindet, machen wir einfach mal ein 24 Stunden Rennen in Le Mans mit der LMP1 Klasse. Ich habe das Qualify nicht gemacht, wir starten hier schön vom letzten Platz und schauen mal was hier so geht. Los geht's. Wie ihr oben rechts sehen könnt, da haben wir auch noch einen schönen kleinen Push. Jedes Mal lädt sich auf beim Bremsen. Wie das auch so ist. Der LMP1 Klasse. Den Elektromotor. Da haben wir auch noch ein bisschen stehen. So, ab geht's auf die Gerade. Schön 2.50 hier. Kein Problem. Jetzt zieht er rechts vorbei. Ein bisschen Windschatten mitnehmen. Ja, wie schön kommen. 300. Schatten wir nicht ganz. 2.97. War auch schon mal was. Schön in den Schatten reinkommen hier. Schön in den Schatten reinkommen hier. Ja, komm schon raus. Sehr gut. Ja, komm schon raus. Sehr gut. Platz gut gemacht. Jetzt wird schon im Windschatten bleiben. Ich habe leider den Entschluss verloren. Ich muss wieder ran kämpfen. Jetzt wird dicht zusammen. Dann sind wir gleich wieder dran. Woah, es kommt doch hinten her. Ach, nichts ist. Woah, 275. Und dann ist die Kurve hier. Ich stehe hier vorher auch nicht geübt. Hier mal eine erste Runde. Kurs mit dem LMP1-Auto. Mal gespannt, was wir hier schaffen. So, nur zwei Runden. Ganz kurze Zeit eingestellt. Viel zu langsam. Jetzt vergessen, das ist ja hier ein ganz anderes Auto. Hier kann ich mit Highspeed durch die Kurven durch. Zack, kein Problem. So, dann kommen wir auch schon zur Zielgrauen. Jetzt hat er vorgebremst. Probieren wir ein bisschen den Anschluss. Und da zieht er sogar ein. Die KI-Stärke ist natürlich auch dementsprechend hoch. Hier wird das ein bisschen realistischer machen alles. Ein bisschen einstellen hier auf die 24 Stunden. Hier wird knapp zwei Stunden losgehen. Jetzt wo das Video hier aufgenommen wird. Ich freue mich auch schon sehr. Also spannend, welcher Platz Porsche dieses Jahr macht. Jetzt kommt die nächste Überholung. Die Schatten kommt ein bisschen langsam gerade. Und dafür können wir auch später bremsen. Die Schatten kommt die Schatten. Die Schatten kommt die Schatten. Oh scheiße, schön die Körbe mitgenommen, sorry, da sind wir wieder auf dem letzten Antonschaden, scheiße, mein Lenkrad steht schief, wie man sehen kann, da ist die Lenkung im Arsch, nicht gut, man muss ein bisschen üben in dem Auto, gar nicht mehr. Das ist ja einfach zu fahren. Ich brauche noch einen Unfall, muss noch einen Platz schaffen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall die letzte Runde, unten läuft die Zeit gerade ab, nach 20 Sekunden. Ah, wir laufen echt nicht zu früh aufs Gas bei dem Ding, sonst drehst du dich gleich. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und Gas, zack. Das reicht schon. Wir fahren jetzt kurz und lange das Ding. Aber da sind sie schon im Tier, jetzt. Leider keine Chance mehr aufm Platz. Dafür muss ich noch ein bisschen übeln. So, und das war es auch schon. Ja, wie gesagt, war nur so ein kleiner, nennen wir es mal Appetizer für das 24 Stunden Rennen. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr hier auch und wünsche euch viel Spaß beim 24 Stunden Rennen. Bis demnächst, ciao.